Hallo Jungs bei der Handball-Nationalmannschaft. Wir hier in Hamburg und ich glaube überall in Deutschland sind verdammt stolz auf euch und die Leistungen, die ihr bisher bei der EM gezeigt habt. Ich muss gestehen, ich selbst wurde erst spät zum Handball-Fan. Dafür hat mein Freund Stefan Kretschmer gesorgt, der mich zu verschiedenen Spielen einlud. Kretsche machte mir auch ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte, um euch diese kleine Grußbotschaft zu schicken. Aber ich mache das sehr gern, denn ich weiß die enorme Leistung von euch als Mannschaft und von jedem Einzelnen zu würdigen. Es ist wirklich großartig. Ich wünsche euch von Herzen den EM-Sieg und drücke für das Halbfinale in Krakau die Daumen. Sollte es aus welchen Gründen auch immer nicht klappen, don't worry. Das, was ihr bisher erreicht habt, ist schon große Klasse. Und bereits dafür lade ich euch zu einer kleinen, aber feinen und sehr intimen Party in meinem Club ein. Ach ja, mein Name ist Kaller Schwensen. Ciao.